Ich grüße Stapel Nummer 2. Du hast dich für dieses Armband entschieden. Dann schauen wir mal, was die Energie dir mit auf den Weg geben möchte in dieser Woche. Meister der Heilung. Heilung? Kommunikation zwischen Arten, Tiere, Haustiere. Magische Begleiter. Schön. Den Drachen hast du hier an deiner Seite. Wunderschön. Tiere. Nochmal die Heilung. Heiler der Ewigkeit. Sieg. Wahrheit, Wirklichkeit. Eingebung. Ausrichtung. Erneuerung. Erholung. 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 Wachstumszyklen. Naturgesetz. Göttliche Ordnung. Schmetterlinge. Heilung. Heilung. Mondenergie. für Sie. Hilfe. Inspiration. Erfüllung. Erfüllung. Glaube. Mitfüllend. Verständnis. Vertrauenswürdig. Veränderung. Etwas Wildes, Hingabe, Feuerelement, Schamael, Gelassenheit, das zwölfte Haus. Dies ist der Bereich deines Lebens, der überwältigend ist. Du bist einer großen Sache oder Macht nah. Wow, wunderschön. Und Engel der Heilung, was du in dir selbst heilst, heilst du in der Welt. Ja, lieber Stapel 2, hier geht es ganz stark um Heilung. Aber du hast schon vieles geheimt und jetzt kommt die Energie, du kommst in deine Meisterschaft. Die Familie des Lichts führt dich. Du bist geschützt. Es geht jetzt auch hierum, dass du in diese Energie kommst, in eine Veränderungsenergie. Du machst dir so viel Heilung. Das war aber nötig. Du hast vieles in dir geheilt. Und jetzt darfst du es weitergeben. Aber du hast hier auch ganz viel mit Tieren zu tun. Dass du Tiere auch heilen darfst, aber auch magische Begleiter hast von Tieren. Hier den Wolf, hier auch nochmal. Du hast diese magischen Tiere bei dir, die dich unterstützen auch, die den Weg weisen in eine neue Ausrichtung, wo du andere heilst. Gib dich dem hin. Du wirst hier in eine Veränderung gehen und wirst dadurch quasi in deinen Sieg gelangen. Also das, was du machen wolltest oder vielleicht, wo dir jetzt noch eine Idee kommt, das ist deine Wahrheit, deine Wirklichkeit. Diese möchte jetzt gelebt werden. Vertraue und glaube deinen Inspirationen. Sie sind vertrauenswürdig. Und hier ist wirklich die Verbindung ganz, ganz wichtig mit Tieren, mit dem Feenreich, mit Drachenenergien, aber auch wirklich mit Tieren. Mit Tieren arbeiten, Tieren, also Tiere heilen. Wichtig ist, dass du in deiner Gelassenheit bleibst, also in deiner gelassenen Energie. Weil deine gelassene Energie heilt auch andere. Und sie bringt dich vorwärts. Vielleicht hast du in der letzten Zeit auch viel Schmetterlinge gesehen. Das kann natürlich auch sein. Sie sagen dir dann immer auch als Bestätigung, ja, du bist in der Veränderung. Deine Heilung hat stattgefunden. Du bist und darfst jetzt wirklich in die nächsten Energien gehen und andere heilen. Menschen oder Tiere. Wie auch immer du dir das ausgesucht hast. Wenn es keine Tiere sind, es ist ein allgemeines Reading, dann hast du sie aber absolut an deiner Seite, die dich bei deiner Arbeit unterstützen. Sehr schön. Und es ist jetzt die Zeit für Heilung. Und es brauchen ganz viele Menschen Heilung. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt dafür. Und hier mit dem zwölften Haus. Dies ist der Bereich deines Lebens, der überwältigend ist. Du bist einer großen Sache oder macht nah. Na, habe ich falsch geschrieben, bin ich gerade? Na, also schau da hin. Nutze auch die Vollmondphase, sind sowieso immer die besten Energien in der Vollmondphase schon, damit zu arbeiten. Mit dem Neuen, was du hier machen möchtest. Wie gesagt, lass dich von deiner Inspiration leiten. Es ist deine Wahrheit, deine Wirklichkeit. Und damit wirst du einen Sieg erlangen. Weil wer so viel Heilung weitergibt, du wurdest aber auch ganz stück, also ganz groß hier unterstützt von der Familie des Lichts. Wichtig, immer nur in deiner Mitte zu bleiben. Ganz, ganz wichtig. Hier waren auch in der letzten Zeit neue Ausrichtungen. Und es kann auch sein, dass du in der letzten Zeit auch so ein bisschen Erholung brauchtest. Auch mit den Energien immer wieder mal müde warst. Viel von den Außenenergien. Und da ist wirklich hier auch nochmal der schwarze Tourmalin für dich wichtig. Also sowieso immer ganz gut in der letzten Zeit mit den Energien, da vielleicht mal einen Tourmalin mit sich zu tragen. Immer unterstützend. Sehr gut. Du hast alles an deiner Seite, doch das kann nicht schaden. Also, ne. Aber auch, Moment. Deine Steine jetzt mit der Mondenergie zu reinigen, soll ich sagen. Ah, okay. Sie zu reinigen. Also das ist auch wichtig. Sie haben nämlich viel, diese Energien aufnehmen müssen. Und diese dürfen jetzt gereinigt werden. Okay, dankeschön. Nimm die neue Energie der Veränderung an. Nimm die magischen Begleiter an. Mir kann also wirklich etwas Wildes auf dich zukommen. Wie auch immer, geh mal in eine Meditation und dann kannst du auch nachfragen, welches Kraft hier dich begleitet, welches dich jetzt unterstützt. Auf deinem Weg, bei deinem Glauben. Sehr schöne Energie. Und das war jetzt so ein Wachstumszyklus, wo hier wieder etwas neu geordnet wird. Neue Ordnung. Sehr schön. Ganz viel Heilungsenergie bei dir. Wichtig, in deiner Gelassenheit, in deiner Mitte zu bleiben. Und auch hier, in den Energien zu bleiben, immer schön, ne? Solarplexus darf geöffnet werden, bis zur Herzenergie hin. Ja, vielleicht auch mit Feuerelementen arbeiten, die unterstützen dich. Du hast hier zweimal das Feuerelement. Vielleicht bist du auch ein Feuerelement. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist super schön. Also du hast hier ganz viel Energie, Kraft und wirklich Meister der Heilung. Du bist ein Heiler, eine Heilerin. Und bekommst hier auch nochmal ganz, ganz viel Eingebung. Nach einer Zeit der Ruhe. Nimm deine magischen Begleiter an. Auch mit ihnen kannst du kommunizieren. Aber auch mit Tieren. Sehr schön. Also weiter und weiter in dieser Energie bleiben. Also wirklich in deiner Mitte bleiben. Ich liebe meinen Körper. Sehr schön. Für den einen oder anderen, der noch nicht in dieser Heilung ist. Ich liebe meinen Körper. Und dann schauen wir mal, ob wir noch eine bekommen. Hoppala. Na gut. Da haben wir jetzt halt mehrere. Okay. Ich verzeihe mir die Fehler der Vergangenheit. Okay. Das ist vielleicht für jemanden anders. Das ist vielleicht für jeden jetzt was dabei. Ich bin sicher, das Universum sorgt für mich. Absolut. Sehr schön. Also auch hier mit dem Turbulin. Das Universum sorgt für dich. Du hast die Energiefamilie da. Und schwere Aufgaben werden nur den besten Studenten übertragen. Ja. Weil hier kommt ja jetzt wirklich etwas ganz Tolles auf dich zu. Du bist einer größeren Sache oder macht nahe. Sehr schön. Und das Ganze ist, was hier auf dich zukommt, vertrauenswürdig. Also, ich denke mal, hier ist vielleicht für jeden etwas dabei. Das wisst ihr ja. Und dann schauen wir mal, ob wir noch eine Drachenkraftenergie für dich bekommen. Du hast ja auch hier, da oben den Drachen und hier den Drachen. Vielleicht arbeitest du mal mit ihm, wenn du magst. Dann hast du die Dankbarkeit. Ich bin dankbar und wertschätze alles, was sich in meinem Leben zeigt. Wunderschön. Auch die Energien darfst du annehmen. Du kommst in deinen Sieg. Alles, was dir gezeigt wird, ist deine Wahrheit, deine Wirklichkeit. Und das Urvertrauen. Ich aktiviere mein Urvertrauen ins Leben und fühle mich jederzeit sicher und geborgen. Wow. Wunderschön. Also, der eine, der mit Tieren arbeitet, super. Ihr könnt hier super unterstützend wirken. Vertraut euch selber. Und die anderen haben halt eben ihre magischen Begleiter in dieser Woche. Wirklich die Tiere. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wünsche euch eine wunderschöne, gesegnete Zeit für alle, die heute Muttertag haben. Noch einen schönen Muttertag. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Muttertag. Und freut euch auf diese wunderschöne Energie der Heilung. Wunderschön. Aber achtet hier auch auf die Reinigung. Und wisst, das diente der Erneuerung, der Erholung. Okay? Dann sage ich mal, bis bald, wenn du magst. Ciao. Und dann sage ich mal, bis bald, wenn du magst. Vielen Dank.